Einen schönen guten Morgen. Wenn man die Überschrift als erstes sieht, dann muss man ein bisschen nachdenken, was sich dahinter verbergen mag. Das ist auch gut so. Dann hat man eine gewisse Offenheit und eine offene Frage. Was ist denn das siebenfältig? Wir kennen die Dreifaltigkeit, da hat man schon von gehört, aber was siebenfältiges ist und der siebenfältige Kraft von oben. Ganz einfach, wir schauen einfach mal in einen kleinen Text, den man aus dem Jesaja kennt. Meistens wird er in der Vorweihnachtszeit gelesen, aber ich hole ihn jetzt einfach einmal früher her. Jesaja 11. Dort lesen wir, es wird ein Reis, ein Zweiglein, hervorgehen aus dem Stamm Isais. Ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Man kann zählen. Sieben. Siebenmal. Und das ist bei Jesaja, so sagen die Ausleger von Bedeutung. Im Judentum haben Zahlen immer auch noch eine gewisse Aussagekraft, eine symbolische Aussagekraft und die sieben, die hat die Aussagekraft des Vollkommenen, des Vollseligen, des Ganzen. Deswegen ist die Schöpfung auch mit dem siebten Tag vollendet, mit dem Ruhetag Gottes. Sieben ist immer wieder so eine Vollzahl, wie man so sagt und hier wird siebenmal der Geist Gottes genannt. Nicht nur am Anfang aufzuhören, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, Punkt, sondern jetzt wird das nochmal in zwei Doppel oder in drei jeweils Doppelbegriffen, noch einmal unterstrichen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dass dies eine prophetische Aussage ist, die sich in Jesus Christus erfüllt, das hat uns Johannes deutlich gesagt, denn er schreibt oder im Johannes-Evangelium wird von ihm geschrieben, Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, das heißt, der blieb auf ihm und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Jesus Christus ist die Erfüllung aller Verheißungen und er ist auch die Erfüllung dieser Verheißung aus dem Jesaja 11. Er ist das Zweiglein, das hervorkommt aus diesem Stamm Isais, aus diesem kleinen, abgehauenen Königstum wächst ein kleines Zweiglein hervor, das ist er, sitzt nicht auf dem Thron in Jerusalem und anderweitig, er ist in einem Stall zur Welt gekommen und ist eine ganz kleine Persönlichkeit gewesen und kommt doch aus dem Königshaus Davids und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Aber dieser Geist ist auch ein Geist, den er weitergibt. Johannes 16, also auch im Johannes-Evangelium heißt es, ich sage euch die Wahrheit, wir haben es eben auch in der Schriftlesung gehört, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das, was da mit Tröster genannt ist, im Griechischen der Paraklet, der Parakletos, der Beistand der Tröster ist eine Aussage über den Heiligen Geist. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit und in aller Wahrheit leiten. Der macht das dann. Jetzt gäbe es noch vieles zu sagen, so haben wir es in der Schriftlesung gehört, sagt Jesus, das könnt ihr nicht einordnen, das könnt ihr nicht verstehen, das übersteigt das jetzt, aber dieser Geist kommt und ihr werdet verstehen. Von dem Meinen wird er es nehmen und er wird es euch erklären. Das heißt, ihr werdet verstehen, was es mit dem Kreuz und mit der Auferstehung, was es mit Jesus Christus auf sich hat. Johannes 20 ist dann die Beschreibung, dass Jesus das gibt seinen Jüngern, den Aposteln, denen er als der Auferstandene begegnet. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Shalom Aleichem. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Bei Johannes findet man nicht eine dezidierte Pfingstgeschichte, wie wir sie bei Lukas finden in der Apostelgeschichte. Aber bei Johannes findet man diese Szene, in denen der Auferstandene seine Jünger mit dem Heiligen Geist beschenkt. Er bläst sie an, so wie Gott selbst den Odem dem Adam in die Nase geblasen hat am Anfang der Schöpfung. Er formte ihn und er blies ihm seinen Odem ein und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen, zu einem lebendigen Wesen. Aber hier ist es Jesus, der den Heiligen Geist seinen Jüngern zuatmet, aus der Begegnung mit dem Auferstandenen und aus der direkten Zuwendung des Auferstandenen an die Jünger entsteht etwas Neues. Nun, wenn das so ist, dann ist es gut, dass uns Jesaja einmal in guter Weise gezeigt hat, was denn dieser Geist Gottes beinhaltet, was denn das für ein Geist ist. Jesaja sagt, als erstes es ist der Geist des Herrn und ist wichtig zu hören für uns. Der Geist des Herrn schenkt nämlich etwas. Er schenkt Souveränität und er schenkt Unabhängigkeit. Eine wichtige Gabe, die er den Jüngern gab und eine wichtige Gabe, die heute uns gegeben ist, die wir uns Christen nennen. Ein Christ heißt Christ, weil es um die Salbung geht durch den Heiligen Geist. Die Salbung, die der Heilige Geist uns schenkt, ist noch einmal eine andere Salbung, als sie im Alten Testament bezeugt ist mit Öl. Das ist nur das Symbol. Es ist eine Salbung mit dem Heiligen Geist. Und er ist der Geist des Herrn. Des Herrn, der die Welt geschaffen hat, der über allen Umständen und über allen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt der Herr ist. Deswegen schenkt der Geist Gottes in unser Leben Souveränität und Unabhängigkeit hinein. Ich will das immer einmal zeigen an dem Beispiel Jesu selbst. Jesus war in kolossaler Weise unabhängig und souverän. Er wurde von den Frommen seiner Zeit gemaßregelt, dass er doch gefälligst sich den Verordnungen, die damals galten, unterzuordnen hätte. Und dass er am Sabbat bitte das Heilen unterlässt und dass er am Sabbat bitte nicht in irgendeiner Art und Weise eine Tätigkeit macht, die nicht erlaubt sei. Und Jesus hat ihnen in souveräner, unabhängiger Weise ein Wort entgegengehalten. Der Sabbat ist um des Menschen Willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats Willen. Ihr habt da irgendwas verkehrt in eurer ganzen Theologie und in eurer Auffassung geordnet. Der Sabbat ist um des Menschen Willen gemacht, damit er Erholung erfährt, damit er Begegnung mit Gott haben kann. Ich kann sich ja mal fragen, welches denn eigentlich der erste Tag im Leben des von Gott geschaffenen Menschen ist nach der Schöpfungsgeschichte. Der erste Tag ist der Sabbat. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen und den ersten Tag, den er voll erlebt, ist der Sabbat. Er startet mit der Ruhe. Das ist doch das Schöne, dass sich das jetzt im Moment auch wiederholt, indem wir den Sonntag feiern, den ersten Tag der Woche. Man sagt oft, der Sonntag sei das Wochenende. Ich sage dann immer korrigierend, dass du irrst dich. Das ist der Wochenstart. Das ist der erste Tag der Woche. Und wir Christen feiern den ersten Tag der Woche. Das ist zutiefst evangelisch. Wir fangen an mit einem Feiertag. Nicht mit der Leistung, nicht mit der Arbeit, nicht mit der Mühe. Wir fangen an mit einem Feiertag. Wir sind immer als erstes die Beschenkten. Die, die Gott beschenkt mit dem, was er für uns getan hat. Das lassen wir uns zusagen. Deswegen gehen wir sonntags in den Gottesdienst und singen Lieder und beten und hören auf Gottes Wort, damit wir hören, was Gott für uns getan hat. Wir kommen nicht hierher, um uns den Appell abzuholen, was wir alles tun sollen. An Werken und an frommen Werken und was, was ich auch immer. Sondern als erstes wollen wir von Jesus hören. Und was Gott uns in ihm schenkt, was er getan hat, das ist das, was den Sabbat auszeichnet, am Anfang der Schöpfung, was den Sonntag auszeichnet, den wir ja feiern, weil der Herr auferstanden ist. Erst am ersten Tag der Woche ist das Grab leer. Deswegen feiern wir Christen den ersten Tag der Woche. Können wir sagen, im Gebot steht doch, du sollst den Sabbat heiligen. Also fangen wir an, wieder den Sabbat zu heiligen. Man hat nicht verstanden, was die Geschichte Gottes gewesen ist, wenn man so redet. Die Geschichte Gottes setzt uns wieder in eine neue Schöpfung ein. Und wir fangen an mit einem Feiertag. Jesus ist souverän, indem er gegen die Ordnungsgefüge seiner Zeit aufsteht. Das war etwas, das ist uns gar nicht mehr so bewusst. Das hat ihn am Ende das Leben gekostet. Die Pharisäer haben gesagt, wenn einer so sich positioniert, so souverän und so unabhängig, den müssen wir töten. Der bringt das ganze Volk durcheinander. Unser ganzes Ordnungsgefüge fällt dahin. Jesus sagte, sie lehren solche Lehren, die nicht sind, als Menschengebote. Man könnte sagen, Jesus ist souverän und unabhängig, ist er auch souverän und unabhängig gewesen gegenüber den Geboten Gottes? Nein, da war er ganz gehorsam. Gegenüber dem Willen Gottes hat er sogar gesagt, ich tue alle Zeit, was ich meinen Vater tun sehe. Aber er sagt, die Pharisäer und Schriftgelehrten lehren, was Menschengebote sind. Und da muss man unterscheiden lernen, dafür braucht man Souveränität und Unabhängigkeit. Was ist denn nun wirklich Gottes Gebot und was ist menschliche Tradition? Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferungen aufrichtet. Du wirst nie unterscheiden können zwischen dem, was Gottes Gebote sagen und dem, was menschlich drübergewuchert ist, wenn du nicht den Geist des Herrn bekommst, der dir Souveränität und Unabhängigkeit von Menschen ermöglicht. Wir sind in frommen Gemeinschaften und in frommen Gemeinschaften oft auch groß geworden und wir alle stecken auch drin in den überwucherten Menschengeboten. Hier war das auch vielfach vorhanden. Immanuel Grauer, der jetzt im Moment dabei ist, eine Doktorarbeit über Theodor Böhmerle, den Gründer dieses Hauses zu erarbeiten und zu schreiben, entdeckt, wie der Kampf gegen die Gesetzlichkeit schon Theodor Böhmerle beschäftigt hat und er gescheitert ist daran. Am Ende haben sich die Menschengebote wieder durchgesetzt. Du brauchst Souveränität und Unabhängigkeit. Die schenkt dir Gottes Geist, der Geist des Herrn. Martin Luther war so ein unabhängiger Mensch und er hat das Buch geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen und da fängt er an mit einem steilen Satz und den schreibt er am Ende nochmal ganz anders. Da kommen wir aber auch noch dazu. Er schreibt am Anfang, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Hey, das ist mal was, das ist mal ein steiler Einstieg. Hier bei uns ist das nicht so entscheidend wichtig, aber in China beispielsweise ist das sehr entscheidend wichtig. Es ist jetzt gerade ein neues Buch erschienen, ich habe es selber noch nicht bekommen, warte noch da drauf. Und dieses Buch heißt Treuer Ungehorsam. Chinas verfolgte Christen und darin sind die Schriften gesammelt. Wie gehe ich denn in einem solchen Staat, in dem gewissermaßen viele Dinge mir verboten werden, die ich als Christ sehr wohl mir nicht verbieten lasse. Wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich in einer Diktatur um mit Römer 13? Seit Untertan der Obrigkeit. Bin ich dann noch bei Römer 13 oder bin ich dann vielleicht einer, der Offenbarung 13 kennt? Und er weiß, dass die Wirklichkeit immer zwischen den 13er Kapiteln liegt. Zwischen Offenbarung 13 und Römer 13. Offenbarung 13 ist das Kapitel über den Antichristen, der überall sein Prägemal hinkleben will, auf die Hand und auf die Stirn, der das Denken bestimmen will und das Handeln bestimmen will und wo ein Christ Nein sagt. Das nehme ich nicht an. Das tue ich nicht. Das mache ich nicht. Und Römer 13, wo ein Staat da ist, der das Böse bestraft und das Gute belohnt und der sich für das Recht einsetzt und die Gerechtigkeit einsetzt und der sich auch ein Christ unterordnet. Aber wo ist unsere Wirklichkeit? Als das Dritte Reich gewissermaßen mit den deutschen Christen am Start war in Deutschland, da haben die deutschen Christen ständig Römer 13 bemüht. Seit Untertan der Obrigkeit. Das ist der Adolf. Das ist die gottgeschenkte Führer. Dem habt ihr euch unterzuordnen. Dabei war die Wirklichkeit bei Offenbarung 13, bei antichristlichen Gepräge des Nationalsozialismus, sehr aufmerksam sein, wenn sehr schnell von den Oberen her die Offenbarung 13 verschwiegen und der Römer 13 nach vorne gekehrt wird. Dann sollte man sehr wachsam sein. Das ist bei den Chinesen so gewesen und die haben ihre Schriften zu dem Verständnis von Staat und dem Umgang von Staat hier zusammengestellt, das erste Mal in Deutsch. Treuer, Ungehorsam. Ich bin sehr gespannt. Ich warte auf das Buch und irgendwann wird es auch mal auf meinem Schreibtisch liegen. Ich bin sehr gespannt, mal zu lesen, wie diese Hauskirchenbewegung, die sich bewusst nicht registrieren lässt und bewusst unter dem Radar bleibt, wie die das begründet, auch theologisch begründet. Denn sie sind ganz nah an der Bibel und das kostet sie was. Das kostet denen viel mehr als uns. Wir müssen weiter. Der Geist der Weisheit, es ist ja nicht nur der Geist des Herrn, sondern der Geist der Weisheit, der schenkt Lebenserfahrung und er schenkt Menschenkenntnis. Das sind wichtige Dinge. Lebenserfahrung wächst einem zu durch ein Leben mit dem Herrn und durch ein Leben, das viele verschiedene Situationen durchmachen muss. Und Menschenkenntnis wächst einem auch zu, indem man anfängt zu erkennen, was es mit den Menschen denn auf sich hat und wie der Mensch so tickt oder die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit. Ich möchte das auch bei Jesus einmal deutlich machen. Man sagt, Jesus ist der Mann gewesen, um den sich tausende von Menschen gesammelt haben. Wir haben das aus der Brotvermehrungsgeschichte usw. Da waren 5000, da waren 4000 usw. Da müssen große Mengen gewesen sein. Aber jetzt interessant bei Johannes steht, Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Weil er den Geist der Weisheit hatte, vertraute er sich nicht blauäugig jedem Menschen an. Menschen können fürchterlich falsch sein und verdienen nicht alle Menschen das volle Vertrauen. Es gibt wirklich böse Menschen. Und Jesus vertraute sich diesen Menschen nicht einfach an, denn er wusste, was im Menschen war. Manchmal hat er es nach vorne gekehrt. Ich gebe manchmal, würde ich sagen, ich würde echt was dafür geben, in manchen Situationen mal in Köpfe reingucken zu können. Zu sehen, was da drin rattert. Bei Jesus war das anscheinend oft so. Er konnte sehen, was da in den Köpfen vorgeht. Nicht immer wird das bezeugt, aber manchmal in der Synagoge, wenn er was gesagt hatte, hat er gesehen, was da in den Menschen vorgeht. Vielleicht hat er es auch aus dem Gesicht abgelesen. Er vertraute sich nicht einfach an. Das ist weise, wenn man das tut. Martin Luther hat gesagt, glaube nicht alles, was du hörst, sage nicht alles, was du willst und tue nicht alles, was du magst. Interessant. Das kann man richtig und falsch verstehen. Es gibt eine weise und es gibt eine krankhafte Skepsis. Die krankhafte Skepsis ist immer skeptisch. Die sagt, alle Menschen sind Lügenhauer. Alle lügen einen immer nur an. Alle Politiker. Das ist eine krankhafte Skepsis. Aber es gibt auch eine weise Skepsis. Die ist wichtig. Glaubt nicht alles, was dir gesagt wird. Schon gar nicht, wenn es aus dem viereckigen Kasten kommt. Glaubt nicht alles. Ich warne euch eindringlich davor, dass ihr alles glaubt, was da aus diesem viereckigen Kasten kommt. Und schon gar nicht, wenn immer Nachrichten, Tagesschau oder Sondersendung drüber steht. Glaubt nicht alles. Die weise und die verlogene Verschwiegenheit. Es gibt eine Verschwiegenheit, die ist verlogen. Die ist nicht ehrlich. Das ist nur Lüge, nicht in direkter Form, sondern in indirekter Form. Man verschweigt halt die Hälfte und sagt dann, ich habe ja nicht gelogen, ich habe ja die andere Hälfte gesagt. Aber es gibt auch eine weise Verschwiegenheit, die sagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist nicht der Ort, wo ich das sage. Jetzt warte ich ab. Jetzt schlafe ich noch mal eine Nacht darüber. Jetzt bin ich viel zu erregt. Jetzt mache ich das nicht. Jetzt ist der andere gar nicht zugänglich. Und das ist Weise. Und es gibt eine weise und eine feige Zurückhaltung. Wie heißt es so schön? Tu nicht alles, was du magst. Manchmal macht man es dann nicht, weil man feige ist. Weil man weiß, wenn ich das jetzt tue, exponiere ich mich. Das ist Feigheit. Das ist nicht damit gemeint. Das meinte der Luther nicht damit, sondern er meinte eine weise Zurückhaltung. Nicht jeder Impuls, der in dir hochkommt, ist richtig. Nicht jede Spontanität muss ausgelebt werden. Hey, hey, warte mal. Muss nicht. Tu nicht alles, was du magst. Wir gehen weiter. Der Geist des Verstandes. Der Geist des Verstandes schenkt Sachkenntnis und schenkt Fachkenntnis. Tatsächlich, das ist in vielen Bereichen so. Wir haben jetzt Work and Chill hinter uns unsere zweite Auflage, kann man sagen, der zweite Aufguss 2024, Work and Chill. Arbeitsfreizeit, hier im Haus. Und da kommen Leute freiwillig hierher, mieten sich für einen günstigen Preis ein und dann helfen sie mit. Fünf bis sechs Stunden am Tag. Arbeiten sie kräftig mit. Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Tischlerarbeiten und was auch immer gerade anfällt, wo sie mithelfen können. Voraussetzung ist ein wenig Sachkenntnis und Fachkenntnis. Und wenn man sie nicht hat, dann kriegt man sie. Von denen, die sie haben. Das ist wichtig. Selbst wenn man einen Fensterladen richtig streichen will, muss ich wissen, wie ich das mache. Und wenn ich dann eine Wand trockenlegen will, muss ich das auch wissen. Und wenn ich sie verputzen will, auch. Da brauche ich Sachkenntnis und brauche Fachkenntnis. Interessant, Jesus war immer wieder mal im Gespräch und man sagte, das ist ein Dilettant, der hat gar nicht richtig Theologie studiert. Der weiß eigentlich gar nicht richtig Bescheid. Und wenn die Theologen kamen, haben sie ihn natürlich versucht, an die Wand laufen zu lassen. Die haben ihm dann bestimmte theologische Fragen gestellt, die gar nicht einfach waren und wollten dann sehen, wie er sich gewissermaßen öffentlich beschämt irgendwann sagen muss, keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Jetzt stellt er mal umgekehrt eine theologische Frage an sie. Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm Davids. Klar, die kannten ihre Bibel, Davids Sohn, Isai, haben wir ja gerade gehört, Jesaja 11, aus dem Stamme Isai, Isai, der Vater von David und so weiter, kommt es her. Das ist Davids. Er sprach zu ihm, wie nennt ihn dann David im Geist Herr? Wenn er sagt, und er zitiert dann einen Psalm, den er kennt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Das Lied stammt von David und David sagt, der Herr Gott sprach zu meinem Herrn, setze dich, bis ich die Feinde unter deine Füße lege. Das ist also der Christus. Wie nennt ihn denn David jetzt einen Herrn? Wenn David ihn einen Herrn nennt, wie ist es denn dann sein Sohn? Und auf einmal stehen die gelehrten Theologen da und können keine Antwort geben. Niemand konnte ihm ein Wort antworten. Gar keine Ahnung. Warum haben sie keine Ahnung? Weil das Eigentliche, die Sachkenntnis, die Fachkenntnis nur von dem her kommen kann, der wirklich weiß, wer der Christus ist. Martin Luther, die Heilige Schrift glaube niemand genug verschmeckt zu haben, wenn er nicht hundert Jahre mit den Propheten die Gemeinde geleitet hat. Manche denken, sie könnten die Bibel gerade so auslegen. Und da muss man vorsichtig sein. das ist ein Medikamentenschrank. Da kannst du nicht einfach reingreifen und irgendwas rausholen und verabreichen. Du kannst den anderen vergiften. Da musst du wissen, wie du welches zu welcher Zeit weitergeben kannst und sagst. Die Heilige Schrift glaube niemand genug verschmeckt zu haben, wenn er nicht hundert Jahre mit dem Propheten die Gemeinde geleitet hätte. Da kommt ja keiner von uns ran. Das heißt also, wir müssen immer vorsichtig sein miteinander. auch auch wir im Bibelheim. Da steht Bibelheim drauf. Und gleichzeitig müssen wir sagen, haben wir ja nicht, wir haben ja nicht hundert Jahre die Gemeinde geleitet, mit den Aposteln und den Propheten schon gar nicht. Also verstehen wir vieles noch nicht. Und das müssen wir zugeben. So ist das bei jedem von uns. 40 Jahre Dienst und ich verstehe nicht alles. Ich verstehe nicht alles. Manches kann ich nicht. Kann ich noch nicht richtig verstehen. Ich brauche noch mehr Sachkenntnis und Fachkenntnis den Geist des Verstandes. Auf einmal geht es einem vielleicht auf, eine Stelle, über die man jahrelang gebrütet hat und an denen mal jahrelang sich die Zähne ausgebissen hat. Der Geist des Rates schenkt Lösungsorientiertheit und Ausgewogenheit. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Der Heilige Geist als der Geist des Rates, der Lösungsorientiertheit und Ausgewogenheit schenkt. Interessant. Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Das ist mal eine Lösungsmöglichkeit, oder? Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere da. haben. Ich habe diese Geschichte immer so verstanden früher, und sie wurde mir auch so erklärt, nach dem Motto, ein Christ, der geht immer so den unteren Weg, und wenn dich einer mit Gewalt, also dann lass dich einfach gewissermaßen, lass dich einfach, überlass dich seiner Gewalt. Wenn er dich auf die eine Wage stellt, hält es die andere auch noch hin, lauf nicht weg, oder wie auch immer, sondern lass dich verprügeln. Er meint das aber wirklich nicht. Und ich musste erst mal mit einer messianisch-jüdischen Auslegerin zusammenkommen, die hat dann Folgendes gesagt, die hat gesagt, weißt du was, es gab einen Unterschied, ob man auf die linke oder auf die rechte Wange schlägt. Ja, und dieser Unterschied, der wurde sogar bis ins Geld hinein im Buch Mose, in den fünf Büchern Mose beziffert. Also wenn dich einer gewissermaßen auf deine rechte Wange schlägt, steht er dir gegenüber, Alexander steht mir gegenüber und ich schlage ihn auf seine rechte Wange, komm mal her, Alexander, ich hau dir jetzt eine rein, Alexander steht hier, das ist seine rechte Wange, und Normalfall Rechtshändler, und ich will ihn auf die rechte Wange schlagen, dann heißt das, ich schlagen mit dem Hand, danke dir, ich hoffe, dass ihr nicht wehgetan, das schlagen mit dem Handrücken ist in der Strafgesetzgebung doppelt so hoch zu bewerten, als wenn man aus dem Reflex heraus dem anderen Ohrfeige gibt, das gibt's ja auch mal, aus dem Reflex heraus haust du dem eine, aber dann haust du nicht mit dem Handrücken, warum, was liegt denn in dem Handrücken? die Verachtung, die Verachtung des anderen, du verachtest den, das kann direkt sein im Schlagen und das kann sein in der Art, wie ich mit ihm rede, wie ich die Auseinandersetzung führe, ob da die Verachtung drin zu spüren ist. Michel Friedmann jetzt vom hessischen Landtag seine Rede gehalten hat und gegenüber der AfD, da war so viel Verachtung so viel Hass und jetzt sagt dieses Wort lösungsorientiert und ausgewogen halt ihm die andere Wange hin. Das heißt, hey, ich will mich mit dir auseinandersetzen und die Emotionen spielen da auch eine Rolle mit, aber fair, aber fair, nicht verachtend. Ich will dich nicht verachten und du darfst auch mich nicht verachten. Ich will mit dir diskutieren, ich will mit dir sprechen, ich will es auch, dass deine Emotionen auch gesprochen werden, aber nicht verachtend. Biete ihm die andere Wange hin, die linke Wange. Ich habe mir diese Auslegung mal gefallen lassen von dieser messianisch-jüdischen Auslegerin und dachte, es ist zumindest mal ein ganz wichtiger Aspekt. Tatsächlich nicht jeder Auseinandersetzung davonlaufen oder sich einfach immer schon gleich unterwürfig zufrieden geben. Und dann fiel mir auf, spannende Frage, Jesus, als er gefangen genommen wurde und vor den hohen Priester geführt wurde, wird von einem Knecht des hohen Priesters ins Gesicht geschlagen. Und dann denke ich, was macht jetzt der, der dieses Wort gesagt hat? Wisst ihr, was er macht? Der hält nicht die andere Wange einfach nur hin, sondern der sagt, wenn ich Unrecht geredet habe, dann beweis es mir. Wenn ich aber nicht Unrecht geredet habe, was schlägst du mich? Wo nimmst du das her? Dass du mir einfach ins Gesicht schlägst? Das ist spannend. Jesus sagt da auch, wenn ich was Unrechtes getan habe, okay, dann kannst du mir eine geben, aber nicht, wenn ich nichts Unrechtes getan habe. Ich muss weitermachen, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben und der Martin Luther dazu zu diesem Geist des Rates auch die besten Ratschläge gehen fehl, wo nicht Gott im Spiel ist. Das ist natürlich ganz wichtig. Der Geist des Rates, der dem anderen Ratschläge gibt, die mit Gott gar nichts zu tun haben, der kann den anderen in die ganz verkehrte Richtung leiten. Der Geist der Stärke schenkt Entscheidungsfreudigkeit und Führungsbereitschaft. Und da ist bei Jesus ein interessantes Wort in Matthäus 7. Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn es ein Wort gibt, in dem Jesus uns den Geist der Stärke auch neu ans Herz legt, den wir brauchen in der Zukunft, dann ist es dieses Wort, weil wir die Wölfe nicht im Wolfskleid haben, sondern im Schafspelz. Ich habe mal zusammengestellt, was das bedeutet. Im Namen der Gesundheit andere krank machen und töten. Im Namen des Friedens Krieg führen. Im Namen der Wahrheit lügen und täuschen. Im Namen der Freiheit zwingen, überwachen und bevormunden. Im Namen der Demokratie Parteien und Wähler verächtlich machen, Grundrechte außer Kraft setzen und totalitäre Maßnahmen durchführen. Im Namen der Missbrauchs Vorsorge den Missbrauch fördern. Drag Queens in die Kindergärten zu bringen zum Beispiel und sogenannte Kuschelräume für Pädophile einzurichten. Im Namen der Information Manipulation und Propaganda betreiben. Im Namen der Gerechtigkeit Verbrechen begehen. Im Namen der humanitären oder ökologischen Fürsorge korrupte Geschäfte machen. Im Namen der Aufklärung bewusste Fehldarstellungen vollziehen. Im Namen der Wissenschaft unwissenschaftliche Mythen und Ideologien verbreiten und im Namen der Kunst das Schöne, Wahre und Gute zerstören. Das ist Wolf im Schafspelz. Jetzt gerade in grauenvollster Weise in Stuttgart passiert. Durch ein Schauspiel, das zu beschreiben selbst säkulare Leute nicht fertig bringen. Wie schlimm dieses Schauspiel Sankta in Stuttgart gewesen ist. Was für eine Blasphemie. Da ist das, was bei der Olympiade waren, noch ein Vorspiel nur dafür. Kann keiner von uns ertragen, können, dieses Schauspiel. Und schon alleine die Berichte darüber sind für mich widerlich. Widerlich. Aber im Namen der Kunst. Im Namen der Kunst wird das Schöne und das Wahre und das Gute kaputt getreten und zerstört. Das ist der Wolf im Schafspelz. Nach außen hin steht Kunst und Kunstgestaltung und Kunstfreiheit drauf, aber innen drin ist es der Wolf, der kaputt macht. Wir brauchen diesen Geist der Stärke, um Entscheidungen zu treffen, entscheidungsfreudig und auch führungsbereit zu sein, Menschen zu sagen, nein, auf diesen Weg nicht. Martin Luther hatte ein Buch geschrieben in der Auseinandersetzung mit dem führenden Humanisten seiner Zeit und der schreibt, ich habe in diesem Buch nicht meine Ansichten geäußert. Ich habe nicht Ansichten ausgetauscht, Meinungen, sondern ich habe feste Behauptungen aufgestellt und ich stelle feste Behauptungen auf. Ich will auch keinem das Urteil überlassen nach dem Motto, naja, jeder nimmt das halt an, wie er es denkt. Hebe die festen Aussagen auf und du hast das Christentum aufgehoben. Dass Jesus der Herr ist, das ist nicht nur die Meinung von Martin Luther, sondern das ist eine feste Aussage. Die steht fest, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, ist nicht nur eine Meinung von denen, die das eben meinen und brauchen, sondern eine feste Aussage. Martin Luther hat dem Humanisten Erasmus gesagt, um des lieben Friedens willen willst du das ein bisschen alles auflösen nach dem Motto, jeder soll das mal so ein bisschen denken, wie er meint. Nein, ich habe bewusst feste Aussagen gemacht. Das war seine Aussage in diesem Buch. Der Geist der Erkenntnis des Herrn, was schenkt er, er schenkt Schrifterkenntnis und Christus Erkenntnis. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Vater, den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Ihr forscht in den Heiligen Schriften, ihr seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden und gerade sie weisen auf mich hin. Jesus ist das Zentrum der Heiligen Schrift. Martin Luther sagt, Gebet und Meditation der Heiligen Schrift und die Anfechtung machen den Theologen. Das ist tatsächlich so. Die Erkenntnis kommt auf diesem Wege des Gebetes, des Stilleseins vor der Heiligen Schrift und mit der Heiligen Schrift und des Durchstehens der Anfechtung, die nach meiner eigenen Seele greift. Im Lateinischen, so wie Martin Luther das gesagt hat, ist es offensichtlicher, dass er da einen Spruch geprägt hat für seine Theologenzunft. Er war ja Professor für die Theologiestudenten. Er hat gesagt, drei Fächer machen euch zum Theologen. Oratio, Meditatio, Tentatio. Das heißt genau das, was da steht. Oratio, Gebet, Meditatio, dieses Lesen und Stille sein vor der Heiligen Schrift und Tentatio, das ist die Anfechtung. Der Geist der Furcht des Herrn schenkt Verantwortungsbewusstsein und Dienstgesinnung. Ihr wisst, sagt Jesus, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Das ist damit gemeint, mit diesem Geist der Furcht des Herrn. Es geschieht Verantwortungsbewusstsein und Dienstgesinnung, nicht weil ich Geld verdienen will und nicht weil ich mir die Nahverfahren einhandeln will, sondern weil ich diesem Herrn diene. Martin Luther, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und da ist das Ende seines Buches von der Freiheit eines Christenmenschen. Quasi der Gegensatz. Der Christ ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. So hat er angefangen. Und hier steht, ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Durch die Liebe, durch das, was Gott ihm sagt und einen Dienst anbefiehlt an anderen. Ich schließe, Gottes Geist macht den Unterschied. Souveränität und Unabhängigkeit statt Entmündigung und Konformismus brauchen wir dringend. Herr gib uns deinen Geist. Wir brauchen es, wir sind viel zu angepasst und wir lassen uns die Entmündigung gefallen. Schenk uns deinen Geist, dass wieder Souveränität und Unabhängigkeit geschenkt wird. Wir brauchen Lebenserfahrung und Menschenkenntnis statt Schwärmerei und Blauäugigkeit. Schwärmerei, die diese Welt in rosa Farben sieht und die Blauäugigkeit, die den Menschen in einer Vertrauensseligkeit entgegenkommt, die er nicht verdient. Lebenserfahrung und Menschenkenntnis. Sachkenntnis und Fachkenntnis statt Anmaßung und Dilettantentum. Anmaßung ist, ich mir etwas anmaße, was mir nicht zusteht. Und Dilettantentum, dass ich in irgendeiner Weise rumdokter, obwohl ich damit unter Umständen Menschen in Gefahr bringe. Wenn einer zu mir kommt an die Rezeption und sagt, hast du ein Pflaster und ein Desinfektionsmittel, dann zögere ich nicht. Wenn einer kommt und sagt, ich habe hier immer solche Stiche im Bauch, ich glaube, das ist der Blinddarm, dann hole ich nicht das Messer aus der Küche. Das wäre Dilettantentum und Anmaßung. Lösungsorientiertheit und Ausgewogenheit statt Kritik, Lust und Einseitigkeit. Das ist etwas, was wir in der Gesellschaft und in den Gemeinden brauchen. Diese Kritik, Lust, die in der Gesellschaft da ist, ist auch in die Gemeinden reingeschwappt. Die macht kaputt und die Einseitigkeit von Dingen macht auch kaputt. Lösungsorientiertheit und Ausgewogenheit ist entscheidend wichtig. Und Entscheidungsfreudigkeit und Führungsbereitschaft statt Schwankung und Scham. Man schwankt heute so und morgen wieder anders und Scham. Man schämt sich des Evangeliums von Jesus. Verantwortungsbewusstsein und Dienstgesinnung statt Leichtfertigkeit und Eigenmächtigkeit. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes. Der Geist des Rates und der Geist der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Und wir können beten, Heiliger Geist, du Quelle der Wahrheit, du Atem Gottes, du Spender des Lebens, du siebenfältige Kraft von oben. Eile mir entgegen, wenn ich dich suche. Hol mich ab, wenn ich fliehe. Überrasche mich mitten im täglichen Leben. Verfolge mich bis in meine Pläne hinein. Verwandle mich in meiner Erkenntnis. Erfülle mich mit all deinen Gaben. Entzünde dein Charisma in mir, damit ich Christus bezeuge. Weg mein Talent, damit es arbeite. Wirke du in mir, damit mein Ich schwinde. Treibe mich an, wenn ich nachlasse. Breche mich auf, wenn ich erstarre. Überflute mich mit Demut, wenn ich selbst gefällig geworden bin. Wir wollen beten. Himmlischer Vater und diesem Gebet schließen wir uns an. Danke, dass diese Verheißung gilt, die dein Sohn uns gegeben hat, dass du noch viel mehr als ein irdischer Vater, das Brot seinen hungrigen Kindern gibt, den Heiligen Geist gibst, denen, die dich darum bitten. Und wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn täglich neu. Danke, dass du ihn uns geschenkt hast und täglich schenken wirst. Wenn wir dich bitten, unser Herz dir hinhalten, unsere Armut, dass wir es brauchen, dass du uns Stärke gibst und Erkenntnis und Furcht, dass du uns Weisheit schenkst und Verstand und Souveränität und Unabhängigkeit. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dieses Gebet geschenkt hast, mit dem wir beten sollen, uns verbinden mit dir, miteinander und mit dem Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen wieder. Ja, ja. Vielen Dank.